Spannend? Ja, spannend, ne? Und ein Speicherpunkt, yay! Oh, jetzt ist das Zufall. Natürlich ist das Zufall. Okay, Speicherstand. Was zum... Häl? What? Der Ursprung, da kommen die ganzen Speicherplätze her. Zwei Lichter am Boden, ähm, idea? Was zum? Heheheheh Ganz viele ideas Und kranke Musik dazu Also so interessante Mit krankem Lachen, aber... Gegen wen oder was trete ich jetzt bitte an? Wer ist das? Und... Nichts besonderes, äh... Was ist das? Bumm, es haut zumindest nicht ganz so schlecht zu. Ich kann nur so nachgucken, was das eine Buch macht, dieses komische Beschwörungsbuch. Okay, äh, was haben wir da? Hexe... Mit Fragezeichen an Hexe... Was zum? Was zum? Was macht die da? Wo sind wir? Es ist die erste Stadt... Also jetzt nicht Dolitz, sondern Timper und alles zerläuft irgendwie... Noch ein Meteor-Stein, hä? Okay... Dann muss ich jetzt mehrere davon hintereinander besiegen, oder was? Noch einmal durch die Zeit, oder was? Das ist... Das ist... Strand... Das war die auch... Hä? Das ist... Oh... Du... Du... jetzt sind wir... ...In Esther? Das sieht fast so aus... Noch eine? What? Oder macht ihr irgendwas? Ne, noch einer... ...das ist... ...das ist... Übungsgelände Schumi-San oder was? Ultima-Stein? Okay Äh, die sieht anders aus Äh... Bitte nochmal... Ach... Ich hätte gerne vorher nochmal eigentlich... Hallo Wo hast das auch da? Analyse Weil die sieht anders aus Ist von der irgendwas anders Ja... Äh... Äh... Das Level ist neu, aber... Das sieht nur anders aus... Okay Okay... Aber kann ich von der irgendwas drauen? Das ist die andere Frage Nein, der Fass wird flicken von den Viechern Die sieht auch wieder anders aus Okay, ich guck mal nach, was sie drauen... Was drauen sonst... Was zum Doppel... Ups... Ich bin zu langsam... Sie können endlich mal casten... Wow, der erste Angriff Ähm... Was mir... Nicht wirklich was abzieht... Nicht wirklich was abzieht... Und hier halten glaube ich mehr aus... Aber auch nicht so viel mehr... Und machen wir schön weiter mit den Angriffen... Noch ein Meteor Stein... Meine Fresser... Ja komm... Kennen wir alles schon... Nachhine... Da 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 da... Ähm... Das ist da wo ich Ifrit gekriegt hab... Ganz am Anfang... Die Höhle... Krass... Schon wieder eine... Meine Fass... Wie viele kommen denn da noch? Das ist... Windhill... Ein Ultimerschein... Yay... Doppel... Ja, das bringt dir herzlich wenig... Ey... Doppel... Um... Meteor Stein geklaut... Und... Dies auch hinüber... Hallo... Wie lange geht das noch? Meine Fresse... Habt das bald? Okay... Das sieht anders aus... Was... Was... Ist... Das... Bitte... Mal... Analyse... Von dem Ding... Äh... Danach... Entscheide ich erst... Wie ich angreifen werde... Okay... Äh... Du... Weiß... Äh... Meine Fresse... Verschauen wir mal... Das ist ja... Meine Fresse... Gut... Also auch wieder nur ne Hexe... Kann ich auch was... Flair und... Holy... Ja... Ich sehe... Dass das hässlich ist... Und das macht irgendwas... Gerade ein Quiz... Ähm... Wow... Tausend schauen... Das macht sich viel... Aber wir drawen mal ein bisschen Holy... Von dem Vieh... Nur so... Mal... Zwischendurch... Was... Wie schnell ist das Vieh... Äh... Moment... Ich glaube ich hab's verstanden... Keine Zauber oder ähnliches einsetzen... Boom... Ultima steilen... Toll... Jeder Zauber von... Jeder Aktion von mir... Erfolgt eine Gegenreaktion... Ist ja super... Okay... Dann machen wir was anderes... Zauber... Duma... Vigra... Auf ihn... Und ihr knallt die jetzt einfach kaputt... So viel mehr HP... Wie die anderen dürft ihr ja nicht haben... So ein bisschen wieder hoch... Gibt's nicht zu klauen... Schön... Also... Murmel... Murmel... Ich tippe mal, dass das aber die letzte Hexe ist... Die wir besiegen müssen... Murmel... Murmel... Fünf... Was... Nein, nein, nein... Kein Countdown... Bitte nicht... Countdown kann ich jetzt gar nicht gebrauchen... Warum nutze ich eigentlich keine Beschwerung... Ich vollidiot... Äh... Du machst mal bitte Shiva... So... Fail... Du machst mal bitte Zeboros auf alle... Du greifst weiter an... Du greifst weiter an... Jetzt kommt erstmal Shiva... Ja... Nein... Wieder auf 75 zurückgefallen... Das darf nicht wahr sein... Aber... 116... Jetzt kommt ja noch... Ich mache... 3.000 Schaden... Okay... Zwei... Nicht gut... Eins, nicht gut Okay, nochmal einen Diamantenstaub Okay Ja Ach, ich konnte nicht mehr drücken Schade Und wir machen 4000 Schaden Ultima, ähm, nix gut Seboros tot, weil das ist ein Flächenschaden, soweit ich weiß Scheiße, ich hätte gerne den Triple noch gehabt Boom Das haut rein Oh, die GF lebt noch, ich glaub's nicht Okay Höllenmacher Warte mal! Oh, das ist jetzt nur eine extrem lange Sterbesequenz. Nein, das ist eine extrem lange Sterbesequenz, oder was? Ist die weg? Ja... Keine XP erhalten... Ein Holystein! Ein Flairstein! 55 AP! What? Die Meister noch ein bisschen was zum Schluss, was mir nicht mehr ganz so viel bringt. Okay... What? Okay... Ohne Sinn! Ähm... High Potions! Ganz Fehler! So, wieder voll aufgefüllt... Ah, wo habe ich meine... GF Medizin... GF High Potion da? Das sind alle nicht gerade auf dem höchsten Stand, ne? Okay... Ich frage jetzt einfach nicht, warum ich jetzt hier bin... Was? Hm... Hm... Sieht eher aus wie die Vergangenheit als wie die Zukunft... Hm... Was zum... Wie sieht's aus... ... dieser Zeit? What? Äh... Was ist das da hinten? Das sieht überhaupt nicht bedrohlich aus... Alles klar... Das ist das... Aufmerksamkeit ... Wir müssen jetzt mal auf! Wir müssen jetzt...